So, das Rohmaterial hätten wir... Aber wir stellen aber die Query aus, solange. Haha, gute Idee, machen wir eben aus. Aber dann musst du auch eben die Motoren ausmachen, ne? Also das Zeugs von dem Lava Generator, was easy zu machen ist, haben wir schon mal. Hast du alle Motoren ausgemacht? Ja, habe ich dort einen kleinen Momentchen mit. Robin, noch zwei Magma Cream und einen Blaze Rod. Dann können wir den Lava Dings bauen. Den kannst du ja auch mit dem Generator betreiben, oder? Ja. Also sollte auf jeden Fall. Brauchen wir nicht immer mal runterrennen. Wie bequem man doch ist. Das müsste aber eigentlich klappen, oder? Ja. Wenn nicht, nehmen wir halt die anderen Motoren. Weil die sind die ganze Zeit... Oh, bei mir ist fast gar nichts. Nein. Wie wäre es, wenn wir nicht darauf gekommen sind, dass man die Query ausstellen kann. Ja. Wir stehen hier drauf, bauen... Ah, ey. Die easiest shit alive. Alive. Wo sind die Teile einmal jetzt drin? Guck mal, wie das Query Teil hier noch rumfliegt. Ja. Cool gemacht. Bleibt das? Oh, die sind ja jetzt noch voll die Eimer. Das cool gemacht. Das bleibt, oder? Auch wenn man die ausmacht. Ja. Also wenn die noch nicht angefangen hat, zumindest. Ist ja lustig. Bleibt. Mach am besten die Erde auch schon raus, oder? Nee. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Okay. Ich schau mal wieder an. Jo. Marco muss da erstmal gucken. Ja, was sie da für Müll macht. Da, siehst du, die liegt zu Ende aus. Lol, Robin. Ja? Aus Flux, ne? Lass mich das ja nicht sagen. Da steht da bestimmt so ein Hühnchen. Was ist das? Da ist, äh, was da rausgekommen ist. Licht da rum. Und passiert's. Was? Seide? Jep. Was ist das für ne Pflanze? Das hier ist Flux. Jaja, aber wie heißt das in Deutsch? Flux heißt das in Deutsch. Ja, ich wusste gar nicht, dass daraus Seide kommt. Da kommt... Ich weiß nicht, was zugeschrieben wird, oder auch mit X in Deutsch. Ähm, das haben die früher für die Bögen genutzt. Die Seen. Ah, da hinten stehen zwei Creepers. Haben die gekocht. Nicht dahin, nicht dahin. Lass einfach. Lass einfach mal die vollen anruhen. Also auf jeden Fall war das von Looscapes, sodass du gekocht hast. Und man konnte das dann essen? Nein. Nein. Ich dachte schon, alter, Seide fressen damit. Boah, scheiße. Die XV gleich. Boah, beide. Hat man damit gemacht. Die Sehnen. Ich habe Zweig an, Paula. Ich finde, das ist ja jetzt ein bisschen umständlich gemacht, ne? Mit den Ohren und so und dem Ofen. Ja. Da musst du ihn mal rausnehmen vorher. Ja. Du müsstest das ja nicht benutzen. Naja, aber solange wieder Items drin rumfliegen. Wir wollen das jetzt aber, Marco. Echt mal? Ja, dann beschwert euch nicht. Tun wir ja auch nicht. Ich habe nur gesagt, das ist ein bisschen umständlich. Das war keine Beschwerde. Habe ich auch nicht gesagt. Gut. Will ich aber auch hoffen. Ja. Tom, hast du da gerade Fackeln hingesetzt? Ja. Ja. Warum ist denn hier ein Gang Doppelding? Wo? Wehe. Keine Ahnung. Ah. Die Federmaus ist weg. Ja, sitzt da mal ein Stein hin. Toll, jetzt habe ich gerade Out of Stone. Ja, warte, ich hole eben. Äh. Achte mal drauf, dass die da nicht wieder reinfliegt. Ja, ich habe ein Schwettenhahn. Aber nicht töten, ne? Die fliegt gerade an den Quarry. Ist voll das, ist voll das coole Haustier. Oh oh. Da hinten sind ein paar Teile, die gleich runterfallen werden. Na, die fallen nicht, aber die werden mit abgebaut, mit runtergebaut, so. Ja, meine ich halt. Ey. Die gleichzeitig, die beiden Motoren da laufen. Äh, äh, laufen. Bei eins und zwei. Nein. Das ist aber eigentlich nicht gut, wenn die gleichzeitig laufen, weil dann ist ein unterbrochener Stromfluss. Ja. Warum finde ich das besser, wenn die unterschiedlich laufen halt. Was heißt, finde ich besser, ist sogar besser. Ich gucke jetzt ein bisschen der Quarry zu. Von weitem, da zwei Creaver da stehen. Aber trotzdem. Okay, ich gehe mit dem Töten. Ahhhh. Ja, komm, ich bin jetzt hier auch noch. Hilfe! Gut gemacht, dass du alles zu mir geschubst hast. Vielen Dank. Ah, du bist ja rechst. Das hätte es nicht sein können. Tom ist erst mal in die Luft geflogen. Das einziges, was du mal geblieben... Oh Gott sei Dank. Riesen Loch, Alter. Drei Blöcke sind weg von zwei Creepern. Oh oh, Quarry fängt jetzt an. Ich geh mal raus. Na, ich warte hier. Haben wir noch irgendwo Seeds? Also, richtig... Tom, warum baust du jetzt die O's ab, die die Quarry auch abbaut? Weil ich da irgendwie nichts zu tun habe. Dann kann ich das schon mal einschmelzen vorher. Ist ja offen. Was ich nur ein bisschen scheiße finde, die Blöcke, die im Weg sind, die baut ihr ja ab, ne? Ja. Aber dass die dann nicht in die Truhe und so kommen, das finde ich voll kacke. Und Tom setzt hier mal eine Fac... Uiuiui, der Boden da, Alter. Ich habe keine Fackeln mehr, die sind gerade alle kaputt gegangen. Die liegen doch alle da. Hier liegt auch noch eine Axt. Hey, ihr habt die nicht gesehen, die war bei mir nicht. Da ist meine Axt, gib mir die Axt, ja. Ich weiß. Geh mal her. Pass auf, dass du jetzt nicht runterfällst. Äh... Nein, das ist meine Axt. Die hast du selber, du Spacken. Ich habe nur deine Fackeln gehabt. Dann ist die kaputt gegangen. Komm, ich renne die Quarry und da ja. Quarry. 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 Und jetzt Voller kann er in die Schlucht rein Ja, das ist hier gerade ein bisschen gefährlich Wenn du hier stehst, fällst du Dragged runter Dragged? Ja, hier, guck doch Dragged Das muss ich nochmal ausbessern Ja, aber die Quarry bleibt ja nicht immer hier stehen Na gut, ich werde da glaube ich Jeden Zaun drum machen Ja, in der obersten Kiste An dem Regal, wo Cobblestone-Reihe ist Hier, warte ich, gib's hier mal Hier, meinst du Ich werde da aber glaube ich Einen Zaun drum machen, von daher Thomas, gerade mal Bock mit in die Hölle zu kommen Die Dings suchen Ja, können wir machen Kurz meine Items wegpacken Der Tom hat eh nichts zu tun Das brauche ich nicht Den Speer brauche ich nicht Ich mach mir mal kurz eine neue Spitzhacke, weil ich will nämlich meine Diamantspitzhacke mitnehmen Tom, wenn du irgendwann mal Bock hast, kannst du auch mal Die Kaktus-Teile Äh, 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 brennen Was soll man da mit? Das können wir die Waterproof Pipes machen Was ist denn waterproof? Einfach ein wasserfestes Ja Ey, warte Waterproof Kommst du Tom, oder bist du schon drin? Bin schon drin Marco? Ah, egal, passt schon Ja, bau halt direkt schon mal alles ab hier Das Zeug brauchen wir ja gar nicht Ich wollte es nur ein bisschen frischer hier machen Und nicht einfach die Dinger angreifen Die Steinmenschen Kennst du das ja Stein, Schwein Das kann so aus Aber manchmal greifen die einen einfach so an Das fang voll ab Ernsthaft? Ja, dann wehrst du dich und dann rasten sie aus Boah, die sind schon voll aggressiv, ey Was war das? Ich sag doch, die Dinge sind grei Äh, äh Ist der aggressiv? Ne, der ist nicht aggro Ich hab ja gesagt, die Ohrs zünden sich an Da ist Diamant Was klappt er mich jetzt an, dieser Idiot? Scheiße Ich sterbe Was ist denn los in der Hölle bei uns? Ja, die greifen mich alle an, ey Ich hab denen nichts getan Na, mich auch Kommst du, Tom? Wieder rein da? So, ja Items wiederholen Ich mein, wir waren gerade am Diamant abbauen Auch falsch Richtung Es gibt auch Harvester und sowas Ich hab ein Netherrack Das hab ich schon mal Oh, wie soll die da stehen? Sprinten Oh, oh Geil Geil Ja, dann kill die mal Boah, der soll aggro auf mich Besser als auf mich Ich hab ein Goldschwert Nein Das war ein Goldschwert Und darfst du Tom schon wieder? Ich laufe jetzt hier ein bisschen im Kreis rum Tom, beeil dich Ich komme schon Ja, die Viecher können ja auch sprinten Ehrlich? Ja Mies Toll, falsch Richtung hergelaufen Ich komme Beeil dich mal ein bisschen Ja, ich will mein Diamantschwert mal wieder haben Ja, ich kann Boah, da ist einer Scheiße, scheiße Weg, weg, weg Geh weg von mir Nein Alter, kommt der mal noch hinterher Ich glaube, mein Diamantschwert habe ich verloren Ich bin fast so gut wie tot Jetzt schon Ich hole mal kurz mein Diamantschwert hier wieder Boah, fuck Ich bin noch lowlife, bin ich jetzt gerade Und die jagen mich hier gerade Komm rein Ich gebe dir mal deine Items wieder Hier Hier Reicht schon Ach, der Neser Diamant ist weg Ich habe deine Spitzhacke noch Penner Scheiße Kannst du jetzt mal deine Spitzhacke nehmen? Ja, habe ich Nein, das ist meine Oh, ich gebe sie dir wieder Meine Güte Ist gut Geh mir mal die heile Spitzhacke Die du noch hast Welche denn? Ja, irgendein ganz heile Oder hat es Weil das war meine Danke Ja, jetzt habe ich mir gar keine mehr Doch, ich habe dir eigentlich alle wieder dahin geworfen Mein Schaufel ist ja fast kaputt Egal, ich habe auch diese eine hier Hast du mich jetzt geschlagen? Nein, vorsichtig Könnt ihr ein Boom machen Komm mit Nicht so nah an Das Zombie-Feeder hinten Hilf mir mal hier den Gloucetown abzubauen Ich frage mich, seit wann die Agro sind in der Helle Ja, das ist voll mies Meinst du? Oh, wie langsamer man hier ist Ja, stell ich einen Death-Point aus Ist ja immer noch da Nicht zu nah an dem da Ich würde aber schon gerne das Nether-Redstone haben Ui, ui, ui Tschüss Ah, da, jetzt lass dich doch nicht allein hier unten Bist du, bist du, bist du, geh weg, ja Da ist Diamant an der Decke Ich seh's nicht, weil ich's gerade so Da hinten über den ganzen Pigments Ah, fuck Oder ich verwechsel das gerade mit Nikolit Ha, willst du hoch, hä? Willst du hoch? Verkackt Lass den Scheiß Ich hab mir doch zu viel Angst Ich bin nur noch Level 6, ey Ja, warte mal kurz Darum steht da schon wieder einer Tom hat bestimmt auch so voll das Low-Level Ja, ich hab mir doch